Ich habe jetzt noch genau 17 Euro und die werde ich jetzt komplett auf den Kopf hauen. Hier wo es so wunderbar nach Orchideen duftet, hier lasse ich mich jetzt zum Ende des Tages richtig verwöhnen. Ich sehe auf dem Kopf ein bisschen derangiert aus, weil ich habe noch eine wunderbare Kopfmassage dazu bekommen. Und alles in allem finde ich, für 25 Euro habe ich heute echt viel genossen. Wunderbares Essen, nur ganz lustige Bootsfahrt und am Ende noch eine richtig schöne Massage. Es war ein richtig guter Tag. Steht ihr sehr gut, dieser entspannte Gesichtsausdruck. Tina Braugmann und ihre Exkursion mit 25 Euro. Ja, schon so ein besonderer Zauber in dieser Jahreszeit, wenn man draußen sein kann und ein bisschen feiern darf, oder? Zauber liegt in der Luft. Wir hatten ja ihn schon hier. Thomas Seiler mit ein paar kleinen Tricks und jetzt kommt die Verstärkung.